Musik Wir sind hier in Köln auf der Farbe und freuen uns vor allen Dingen hier mit einem komplett neuen Stand aufzutreten. Besonders bei unserem Stand, dass wir kein einziges Produkt zeigen. Viele unserer Mitwettbewerber zeigen Produkte wie eh und je. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wir haben die Möglichkeit, unsere Produkte über 180 Standorte tagtäglich unserem Kunden herzubringen. Da brauchen wir die Messe nicht für, sondern das tun wir täglich. Innovation, von Produkten zu warten, bis eine Messe ist und zu präsentieren, ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß über die heute multimedialen Möglichkeiten, aber vor allen Dingen von Mensch zu Mensch in unserer Niederlassung. Musik Ich glaube, das Tolle, was wir hier zeigen können bei der Standkonzeption, ist, dass wir, ich sage mal, den Handwerksbetrieben helfen möchten, unterstützen möchten in der Nachwuchsfindung. Indem wir ihnen Mittel an die Hand geben, eine Generierung der Ausbildungsplätze zu fördern. Wir haben vor einigen Jahren DZTB, Deine Zukunft ist Bundesleben, gerufen, haben hier dort einen neuen revolutionären Auftritt gemacht, weil es ist extrem wichtig, den Handwerksbereich zu unterstützen in der Nachwuchsfindung und vor allen Dingen das Image des Malers und der Ausbildungsbereich nach oben zu heben. Gleichzeitig ist es so, dass wir Module haben in unserer Handwerksakademie, Mitarbeiter aus den bestehenden Betrieben zu fördern, zu qualifizieren und auch in der Wertigkeit in den bestehenden Beruf voranzubringen. Wir haben sehr gute Erfahrungen, weil wir haben im eigenen Betrieb über 400 Auszubildende, haben sehr starke Nachwuchsförderungsprogramme im Haus gelernt, wo wir Jahrzehnte entwickelt, die wir jetzt im Handwerk zukommen lassen möchten. Das machen wir über die Akademie. Das fängt an von der Ausbildung bis zum Rentenbereich. Wir haben Qualifizierungsprogramme entwickelt, wo wir dem Handwerk nach der Ausbildung auch die Möglichkeit geben, sich noch weiter zu qualifizieren durch Unterstützung, nicht nur im rhetorischen Bereich, sondern auch von handwerklicher Tätigkeit etc. Ich freue mich, dass Sie uns auf dem Stand hier besuchen. Wir werden Ihnen viele Bereiche zeigen, was wir an Innovationen hier haben für die Generierung, für die Bearbeitung des Marktes, vor allen Dingen in der Personalentwicklung und vor allen Dingen im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Ich glaube, Sie werden begeistert sein, wenn Sie uns nach Ihrem Messebesuch hier verlassen. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.